Ich möchte Ihnen eine Schreibübung aufgeben. Darf es schlecht sein? Grottenschlecht fände ich am besten. Ruby Sparks. 26 Jahre alt. Alles, was ich will, ist über Ruby schreiben. Es ist, als ob ich mich verlieben würde. Das ist wundervoll. Doch nicht in ein Mädchen, das ich erfinde. Warum nicht? Sie ist nicht real. Vielleicht doch. Calvin? Hast du mir im Bett gefehlt letzte Nacht? Calvin! Alles Einmeldung. Alles Einmeldung. Bist du böse auf mich? Warte, heißt das, Ruby ist bei dir zu Hause? Können Sie sie sehen? Calvin! Ob ich sie sehen kann? Bin ich sicher, wenn sie... Es gibt sie wirklich. Niemand erscheint einfach so aus dem Nichts. Sie schon. Wie? Es ist Liebe, es ist Magie. Schreib etwas über sie und dann sehen wir, ob es wahr wird. Wenn es so ist, hast du recht. Ruby spricht Französisch. C'est vrai. Pourquoi vous me regardez comme ça? Das ist so irre. Du hast mit dozer Fantasie eine Frau erschaffen. Mom wird durchdrehen. Hi. Hi, Mom. Hi, Ruby. Du kannst sie alles tun lassen. Für alle Männer auf dieser Welt. Sag mir, dass du dir diese Gelegenheit nicht entgehen lässt. Ruby, 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 Ruby. Das ist die wahre und unmögliche Geschichte meiner großen Liebe. Beim Lesen mag man denken, sowas geht nur mit Zauberei. Aber es ist Zauberei, wenn man sich verliebt. Hast du zufällig einen Namen? Ruby. Ruby. Ruby, Ruby. Ruby. Sag mir aber nicht, wie es ausgeht, okay? Okay. 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 Suddenly, Judy. Okay. Option. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020